Es geht um einen Menschen, mit dem mich ein ganz besonderes Erlebnis verbindet. Und zwar ist das ein Film, den wir beide 1985 gemacht haben, der unserer beider damals anfänglichen Karriere einen ziemlichen Ruck gegeben hat. Der Film hieß Männer und wir sind immer noch befreundet. In der St. Georgs Orden des Semper Opernballs in Heiner Lauterbach. Vielen Dank, lieber Uwe. Bitte, Uwe, und das gilt für jeden, der mich hier kennt im Saal, ab sofort bitte mit Ordensträger anreden. Da lege ich Wert drauf. Also auch im Schriftverkehr meinetwegen, hallo Heiner vorne, aber nachher kommen wir, lieber Ordensträger. Und bis ans Ende meiner Tage. Nicht, dass da dann geschummelt wird am Ende. Und das gilt für jeden. Nachher mich im Äpfel steht.